Weil ich sehr freundlich und überzeugend gefragt wurde und ich dann beim Nachdenken festgestellt habe, dass es eigentlich eine sehr tolle Aufgabe ist und ich mich insbesondere auf die anderen Fakultäten freue. Ich habe bisher in meinem akademischen Leben nur die Medizin besser kennengelernt und freue mich jetzt wirklich, die anderen 13 Fakultäten der Universität auch besser kennenzulernen. Hätte ich munter meine Forschung und Lehre weitergemacht und würde wahrscheinlich ähnlich glücklich weiterleben in der medizinischen Fakultät. Ja, Forschung und Transfer der Universität weiter voranzubringen, das vorangegangene Vektorat ist ja sehr schön vorbereitet und ich glaube, das sind Aufgaben, die jetzt neu dazukommen, wie das Großforschungszentrum und die Exzellenzinitiative, die herausfordernd sind. Das ist ein Schwerpunkt, aber auch die Selbststeuerung, die uns bevorsteht, bei der wir Forschung und Lehre sinnvoll zusammenbringen müssen. Das ist, glaube ich, das, was die wichtigsten und größten Themen sind am Anfang. Ja, zum einen das Großforschungszentrum, was kommen wird, so einzubinden, dass die Lehre und die Forschung an der Universität maximal gewinnt dadurch und die Interaktionen gut ablaufen, dass wir weiterhin unsere Exzellenz stärken und damit meine ich nicht nur die Exzellenzinitiative des Bundes, sondern allgemein Spitzenforschung, jedweder Couleur und dass wir in der Selbststeuerung möglichst gut mit den Ressourcen umgehen, sodass Forschung und Lehre maximal gestärkt werden und wir auch ein bisschen Rücklagen bekommen, wenn mal eine Havarie auftritt oder eine Neuberufung kommt, die etwas teurer wird. Wir weiter bei den U15-Universitäten, das kennen Sie ja, die 15 Universitäten in Deutschland, die sich in der Spitzenkurse vergleichen, wenn wir da weiter nach oben kommen. Wir sind da noch nicht im Spitzenfeld, aber ich glaube, wir gehören dahin und über die Jahre wird das auch passieren. Und je näher wir der Spitze kommen, desto glücklicher werden wir alle sein und ich als Prorektor dann auch. Super spannend. Eine sehr schöne, breit aufgestellte Universität mit tollen Leuten, sowohl bei den Studierenden wie bei den Wissenschaftlern wie auch in der Verwaltung, wie ich jetzt kennenlernen durfte in den letzten Tagen. Und in einer wunderschönen Stadt, was will man mehr? Also es ist wirklich ein toller Standort und ein schöner Ort, an dem man arbeiten und schaffen kann.